Axel mit der Fireblade jetzt hier am Start. Er muss erstmal auf Speed kommen und dann greift er und wenn er greift geht es los. 302 Bisschen Seitenwind haben wir jetzt. 302 Habt ihr gehört 352 352 Auch wieder 503 Mitteln bis 9 wird Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.